Gestern war er noch hier an der östlichen Zufahrt, aber das ist 50 Meilen weiter östlich. Von dort, wo wir ihn gefunden haben. Hey, warte, 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 warte. Ich wette, er war auf einem Picknick oder Campingausflug und hat sich im Wald verlaufen. Wie lange war er da draußen? Sechs Jahre. Niemand überlebt sechs Jahre in diesem Wald, jedenfalls nicht allein. Ja, aber ich hab doch Elliot. Wer ist Elliot? Ist Elliot ein Mensch? Nein, er sieht aus wie ein Drache. Was ist ein Drache? Das ist ein Drache. Du musst nicht mehr weglaufen, Piet. Du kannst bei uns bleiben. Sie werden nach dir suchen. Du musst dich verstecken. Ihr habt keine Ahnung, wozu dieses Vieh im Stande ist. Hört auf! Elliot, lau! Du bist sehr mutig, weißt du das? Ich würde sogar sagen, du bist der mutigste Junge, den ich kenne. Elliot! Elliot, der Drache. Wir fahren Richtung Osten. Wir verfolgen einen... Einen Drachen! Es ist ein Drache! Du kannst doch nicht über Funk von einem Drachen reden. Alles okay? Oh ja, alles super, danke. Wie geht's Ihnen? People say, yo, Humpty, you're really funny looking. Darling, stay with me. So we should- We better use you, great y'in- Best you- Look you- We better use you, just you- We better use you, just you- You better use me. We better use you, just you-